so im heutigen türchen erwartet euch anna anna wie auch immer ob man es deutsch oder englisch ausspricht dieses spiel könnte vielleicht sogar länger als eine stunde gehen es wurde vorgeschlagen von darlin weil ich dachte so wie das jetzt hier aussieht sieht das nicht aus wie ein horrorspiel aber ich habe irgendwie sollte ich die bilder und das gelesen habe mir könnte so ein bisschen horror sein deswegen mal sehen das ist deswegen starte ich jetzt einfach mal ich habe das schon mal ganz kurz angetestet aber ich weiß dass man es in einer stunde schaffen kann ich entsinne mich noch immer die der verzückung recht die sonne in mir hervor die durch die baumkronen schien werden unserer gemeinsamen stunden zusammen mit dem sang des windes verronnen der über berge wehte ich hoffte ich hätte dich für immer und ewig vergessen anna meine große liebe naja es ist das haus das ständig in meinen albträumen erscheint die grafik ist ich könnte seine ressortien wie mich überhaupt hier geendet fühle mich als ob ich in trance gehe aber ich bin mittlerweile außerhalb der tore musste rausfinden warum ich ständig von ihr träume ich sehe nämlich nach antworten ok mal sehen haupttür da kommen wir auf jeden fall nicht rein benutzen es rührt sich nicht benutzen kann nicht benutzen ähm untersuchen das fenster ist fest versperrt hier kommt man nicht durch was brauche ich hier es die haupt zum sägewehr sie ist verschlossen ok die steuerung ist ein bisschen schnell finde ich mal gucken ob man die empfindlichkeit runter stellen kann da oben hm hat jetzt nicht so viel geändert auf jeden fall habe ich gesehen dass man hier speichern kann speichern ähm ok zurück zurück zum spiel untersuchen das wasser ist kristallklar ja das hilft mir auch nicht viel weiter was ist das tiefe schlampfütze untersuchen das wasser ist sehr schmutzig man kann den grund nicht sehen ähm was haben wir denn da benutzen ich kann das nicht benutzen aber nehmen nimm so wo habe ich denn mein inventar ah stein handy feuerzeug jagdmesser notizbuch untersuchen ich habe schon seit wochen nichts mehr hineingeschrieben aber ich behaare drauf ist mir irgendwo zu tragen die letzten notisten habe ich von meiner abreise gemacht ähm ok kann ich irgendwo was abschneiden mit dem jagdmess ähm ähm wäre interessant benutzen benutzen damit es macht keinen sinn ja ok gut von da komme ich wohl ähm benutzen nehmen ähm ähm leere feldflasche benutzen nicht mit schlamm füllen aber mit wasser bestimmt ähm benutzen sie ist voll mit wasser ob ich damit den schlamm wegkriegen kann benutze was hat das bloß für einen sinn gar keinen anscheinend ähm gut feuerzeug mit schlamm ne großer stein untersuchen ein großer stein blockiert diesen kanal auf der anderen seite auch ähm benutzen nein stein benutzen hm ich bin jetzt schon überfragt untersuchen eine perfekte Schnitzerei ein einfaches werk aber trotzdem sehr künstlich gemacht ähm ja äh ähm benutzen untersuchen der Fenster ist fest hier kommt man nicht durch das Spiel beginnt und ich hab schon keine Ahnung ich kann es nicht nehmen untersuchen ähm ich bin mir ziemlich sicher dass ich irgendwie hier was machen muss nehmen nein ähm benutzen pfuh was haben wir denn hier ein Holzstock nehmen nehmen haben wir noch irgendwas ähm nehmen nehmen nein vielleicht kann ich ja mit einem Holzstock benutzen nein holzstock benutzen ja da unterliegt nämlich was ich sehe das grad holzstock benutzen ja ich müsste aha ich daran auch nur gedacht zu haben aha ja irgendwie muss das das hier jetzt das hier jetzt hm das ist ein Holzstock ah sieht recht stabil aus benutzen das ist mir nicht wirklich klar okay ach hm irgendwie muss der stein hier weg nichts zu machen boah warum nicht ah jetzt geht's aha schön das Wasser fließt äh nehmen spiegelscherbe untersuchen eine eiförmige ah ähm benutzen ich so jetzt muss ich noch die andere hälfte finden wo könnte die sein hm 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 ja mal sehen wach sehe ich sonst nichts vielleicht kann ich auch einfach mal die steinhaufen das wird nicht klappen nee okay gut dann das nicht ähm ich glaub das wird ziemlich langes let's play ein Häkchen Türchen wenn ich hier am Anfang schon so rumgurke und keine ahnung hab ne nehmen untersuche jetzt handzapsen hm ähm nehmen nehmen äh so gleich hab ich alle was auch immer die mir bringen ähm ähm oh da unten ist ne Klappe benutzen ähm kleine Schnur ähm benutze Jagdmesser Mitte Schnur fertig das sei jetzt durchtrennen und jetzt benutzen ähm benutzen untersuchen ja nehmen geht auf jeden Fall nicht ähm hallo hallo warum geht das nicht ich versteh's nicht benutze Feuerzeug damit sie verstehst ja Helden wenn die Tür auch aufgehen würde dann hätte ich vielleicht was davon Option ähm ne Untertitel bla Taste oder Zeit Länge Hilfslevel abgeschlossen Eingabe Hilfe Objekt bewegen aha so nehmen ähm untersuchen ja ah jetzt versteh ich ähm benutze Feuerzeug mit dem trockenen ah nehmen so benutzen so mal speichern äh Linse speichern nein so es rührt sich nichts untersuchen ja muss ich da irgendwie noch untersuchen schimmert unheimlich äh benutze benutze äh Feldflasche damit ich will das Wasser nicht verschwenden ich kann das nicht benutzen ey warum kann er denn den Stein nicht benutzen ist mal ohne Witz benutze nein steuerung ist gewöhnungsbedürftig und ja ist die hauptür zum seelgewerken aber ich weiß nicht wie ich da rein komme ja ich habe das da oben jetzt eingesetzt aber das war es dann auch schon ähm was mir das gebracht hatte was mir das gebracht hatte jetzt keine ahnung es rührt sich nichts benutzen ich kann das nicht benutzen warum habe ich denn ein Handy mit wenn ich es nicht benutzen kann so es klappt nicht hm das ist doch hm benutzen nein nein ja was mache ich denn da benutze benutze ah da ist bereits ein Atembar da ist bereits ein Atembar geht die Tür jetzt auf es rührt sich nichts ähm benutze das benutze es funktioniert nicht ähm benutze es funktioniert nicht ähm es funktioniert nicht ähm 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 was schlack der das ist nicht der Ursprung der Flamme ach so benutze benutze so und jetzt ist er rein da oben da oben hin da oben hin so ich würde sagen die Tür ist offen aber ich fülle nochmal die Flasche mit Wasser so ha jetzt bin ich drin alle Kerzen und die Lampen wurden angezündet ne ist hier noch jemand ah ok also es wird schon so ein bisschen horrormäßiger drinnen äh speichern eigentlich heißt es drin aber pfff so it's dark here ah achievement gibt's hier nehmen ne was ist denn das hier Wasserstrahlsäge brennender Ofen ähm benutze nichts zu machen nichts zu machen und die ist leer und lass mich raten jetzt komm ich nicht mehr raus also könnte ich oder ist ein Zettel nehmen ich fühlsch das denn wenn hin zerfällt dann untersuchen wir ihn nur Obsessed by such purity he stretched out his arm and out himself with the heated blade at last he had full filed the void only when he had seen his own blood polluted the lymphed water he realized he was drowning to the truth mhm ich kann es nicht nehmen ähm ich weiß noch nicht mal was mein Plan jetzt ist nehmen wenn du denkst du eine Wahrheit und du wirst nie verstehen können die sind niemals ah hier drin kann ich bestimmt die wasserdings auffüllen jep was ist das untersuchen rechteckige aus so damit jetzt ein kleines schwacher Lichtstrahl erscheint mhm ok das ist eine Kerze aber die wird einfach nicht registriert so ähm gucken wir doch mal untersuchen jetzt ist es schlecht zum Glück muss ich nicht zum Essen bleiben ähm eingeklemmter Knochengriff ich kann es nicht nehmen ähm nein ähm benutzen nichts zu machen was haben wir da benutzen benutzen ähm sie lässt sich nicht verschieben die Schublade nicht so wie das hier äh untersuchen sie scheint verriegelt zu sein ja was haben wir hier noch so untersuchen geschlossen ähm es ist ja selbst zum weißt du wie du gemeint hast vielleicht ein Juni aus dem Wort hm 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 okay ähm untersuchen untersuchen so was Sägespäne hm alte Wasserstrahlsäge hm hm das haben wir hier uah was bist du was bist du äh ich kann mich nicht bewegen was zum geier war das vorhänge schloss vorhänge schloss warum ist hier alles verschlossen aber was zum geier war das ist mal ohne spaß untersuchen der hat wurde angezündet ja ähm ich bezweifle dass ich das in einer Stunde schaffe es wird viel zu lange ich glaube ich mache einfach ungefähr eine Stunde jetzt noch voll und dann reicht das um so ein bisschen von ändern gezeigt zu haben weil boah was haben wir denn hier einen Topf eine Vase ähm was macht die Vase eigentlich was macht die Vase eigentlich merkt man sich nicht verwelkt aha ähm vielleicht kann ich ja benutzen ich muss einfach auch nur daran gedacht zu haben äh benutzen ähm das wird nicht klappen ähm das wird nicht klappen äh äh nehm äh ähm 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 was kann ich jetzt mit dem Knochengriff machen ich guck mal ich guck mal ob ich den da hinten reinsetzen kann benutzen nichts zu machen sieht aber so ein bisschen doch nach da aus oder nicht ok 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 untersuchen eine Pfütze mit stehendem Wasser wahrscheinlich hat sie sich nach einem Rückenbruch gebildet mhm aber ernsthaft was war das für ein Dings hier ähm 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 hiermit muss es doch auch was auf sich haben untersuchen ne nehmen achso sehr gesperrne was kann ich denn damit jetzt anfangen vor allen Dingen wo wo trägt die Person das mit sich herum hm vielleicht kann ich ja mit dem Griff irgendwie was beim Vorhängeschloss erreichen das macht keinen Sinn natürlich hm hm untersuchen ähm ja was mach ich was mach ich mit dem Griff und vielleicht kann ich auch den Griff der Schublade benutzen äh ja ok nein das mit der Säge benutzen ne hm 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 ich sehe da einen Schlüssel hm ich habe da gerade eben einen Schlüssel drin gesehen da ich sehe sogar den Schlüssel ähm dann kann ich die vielleicht damit benutzen das macht keinen Sinn das macht keinen Sinn benutze mit hm ne hm davon liegt eine ganze Menge hier rum ja das Wasser bringt mir absolut wirklich nichts ah doch so was passiert jetzt hier was passiert jetzt hier ähm nehmen ich speichere mal lieber was auch kann safe now was auch kann safe now was zum geier jetzt kann ich speichern so zurück so probieren wir erstmal den Schlüssel mit der Schublade was haben wir da ein Stapel zusammengebundene Blätter nehmen was du verlorst ist nicht hier wenn du verlorst ist nicht hier also irgendwie ist die deutsche Übersetzung fail so untersuchen auf der einen Seite ist ein Loch sieht fast wie eine Miniaturkamera oh Kura aus aha nein Stapel benutzen mit ich hab jetzt 5 Blätter ähm nein ähm so benutzen mit Holzkiste nein aber 5 Blätter das ergibt schon mal irgendwie Sinn weil das könnte irgendwie damit zusammenhängen benutze ähm ist irgendwie ein Kreis da das könnte schon Sinn ergeben wenn ich nicht so dumm denken würde dann könnte ich das 100% in einer Stunde hier schaffen aber boah ich hab keine Ahnung vielleicht kann ich mit der Kiste irgendwas hier hinten machen ähm benutze so oh was sehe ich da untersuchen das sind zwei Werge die ich gut kenne Kastor und Pollux die Zwillinge ich bin mir aber nicht sicher auf welcher Seite der Segemeinde sie sind kann ich nicht mehr nehmen es ist an der Wand genagelt und was bringt mir das mit den Bergen jetzt ähm mal ohne Spaß mal ohne Spaß muss ich jetzt auch wieder rausgehen und da was machen oder wie benutzen sie geht nicht auf nein rauskomme ich nicht gut ich hab keine Ahnung was bringt mir das hier hinten irgendwie benutze nichts zu machen benutze oh jetzt kriegst du mit Loch ja Kastor und Pollux die Zwillinge ähm hm kann ich das damit benutzen nein das ne äh ähm 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 untersuchen ja ähm ähm benutze ähm ähm hm 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 ähm äh 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 Das hier? Okay. Nee. Hm. Das wird nicht klappen. Kann ich nicht nehmen. Was kann ich damit dann anfangen? Ähm. Das ist mir ohne Spaß. Was muss ich damit auch anfangen, oder? Oder liegt da irgendwas unter? Scharfes Teil nehmen. Oh, in der Hölle. Oh, nee. alles verrauscht und verändert sich was passiert denn hier zum geier nochmal strange jetzt mal ohne Witz was ist hier passiert das sieht immer noch gleich aus ja irgendwie zeigt das hier an die Stelle und so das ist total strange dieses Spiel aufkriegt die trotzdem noch nicht was bringt mir die da durch warum sollte ich das machen keine Ahnung weil du es kannst kaputter Ofen untersuchen der Ofen ist kaputt gegangen wenn ich dann zu erfüllen ich brauche etwas mit dem ich ihn reparieren kann ähm es bringt mir das wenn ich den Ofen repariere ähm benutze ich habe keine Ahnung echt mal äh verstehe man nicht mehr was mir die Britta bringen sollen nehmen Moment achso das war die Tür zum Lager ich habe mich mal gewundert kann ich auch immer was mit der Leiter machen warum sind was sollen die Symbole mir jetzt an der Wand sagen ich verstehe es nicht Kreis mit Blättern äh würde ich sagen aber wo mache ich das was kann ich mit dieser Säge machen hm hm benutzen nee hm 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 ich habe keine Ahnung ist das schwer das Spiel wie kann ich den ritual durch mit dem vorigen Schloss benutzen wohl wahrscheinlich aber man kann es ja mal ausprobieren ja war klar hm 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 was ist das was ist das was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert was war das ja hm und denn ... oder das da? Hier zeigen wir irgendwie Pfeile hin, aber... Hm... ... im Notizbuch steht auch nichts, oder? Äh, ne... Stand hier nicht irgendwas mit Eingabehilfe? Äh, ne, äh, mit Spielhilfe? Hilfshilfe einfach? Die Länge, drei Minuten... ... an. Oder... ... da stand auch was mit Zeit... ... mit Taste. Und dafür brauche ich was? Onlinehilfe. Was? Was? Die Lichtquelle im Wasser scheint auch was zu zeigen. Wer soll ich da mal genauer hinsehen? Ah, so... Okay... ... jetzt mal ohne Spaß. Kommt man echt auf die Idee, sowas zu machen? Ähm... ... benutze... ... äh... ... Kreisauf... ... Ausklarung... ... Wasser... ... ähm... ... ähm... ... das ist... ... bitte völlig klar, ich könnte das Wasser fast trinken. ... benutzen... ... nehmen... ... benutze... ... benutzen... ... ähm... ... ist mal ohne Witz... ... das ist doch... ... die Leute werden... ... äh... ... vielleicht sollte ich mir... ... äh... ... ja... ... das haben wir jetzt schon schon gemacht... ... aber... ... hm... ... vielleicht brauche ich noch ein bisschen Mehl... ... mal gucken... ... Mehl... ... Zegelspäne... ... also echt mal auf die Idee... ... zu kommen... ... mit Zegelspänen da hier irgendwas zu überprüfen... ... ist mal ohne Spaß... ... das Spiel ist schon schwierig... ... wenn man es ohne Hilfe macht... ... das macht keinen Sinn... ... doch macht es... ... ähm... ... ähm... ... was bringt mir das... ... seltsam... ... äh... ... klar... ... ich könnte das Wasser fast trinken... ... ne... ... benutze... ... ... ich kann das nicht benutzen... ... naja... ... es wird nicht klappen... ... ja... ... benutzen mit... ... Blättern... ... äh... ... ja... ... keine Ahnung... ... was muss ich mit dem Wasser machen... ... aber man sieht es auch... ... dass es total klar deiner Messe ist... ... selbst von hier... ... dass der Rest dreckig ist... ... aber... ... schwaches Leuchten... ... untersuchen... ... über die ganze Zeit dort... ... ähm... ... hm... ... sie sagt mir nur das gleiche... ... ja... ... hm... ... ja... ... ... Messer mit Wasser... ... nein... ... äh... ... ja... ... auf einmal sagt er was mit Ritual... ... hä... ... ich check das nicht... ... da sagt er was... ... ungeeignet für das Ritual... ... jetzt will ich das Ritualmesser benutzen... ... das ist mir nicht wirklich klar... ... hä... ... genau... ... beim einen sagt... ... sag du... ... irgendwas mit Ritualm... ... und beim anderen... ... ist nichts zu machen... ... hä... ... ja genau... ... äh... ... das ergibt doch keinen Sinn... ... äh... ... äh... ... ... ... Kann ich so ein Brett mitnehmen? Hm, anscheinend nicht. Oder? Hm? Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, aber... Die Steuerung ist eh komisch. Mit diesem Rechtsklick. So. Ist nicht so, als wären da auch noch verrottete Bretter. Jetzt habe ich da ein Brett drauf. Ähm. Ja, die Leuchtquelle, bla bla bla. Ja, das haben wir doch schon. Mann. Hm, das Spiel ist komisch. Wer die wohl gemacht hat, verdient noch was in Ordnung. Hm. Ja, bla bla bla, bla bla bla. Blä bla 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 bla. Ja, jetzt... Das hatten wir doch schon alles. Hm. Ofen irgendwie reparieren. Die Vase macht für mich auch noch keinen Sinn. Benutze Ritualmesser damit. Benutze nichts zu machen. Boah. Ohne Witz. Was immer? Ich könnte das Wasser fast trinken. Ich könnte das Wasser fast trinken. Mh. Nichts zu machen. Ja. Benutzen. Nein. Benutzen. Ähm. Ich muss verrückt in meinen Komplinteridol, wenn ich daran gedacht habe. Aber... Ohne Spaß. Diesmal ist er als ungeeignet für ein Ritual. Irgendwas fehlt mir hier noch für das Ritualzeug. Aber... Was zum Geier? Irgendwas hat hier mit... Sachen rumgeworfen. Ja. Kann er mir auch mal andere Hilfen geben als nur das? Hm. Die Säge kann ich ja auch nicht nehmen. Hm. Boah. Pfeiltür in der Decke. Pfeiltür in der Decke. Untersuchen. Ich weiß nicht, wie ich an die herankommen soll. Wir haben diese komische Leiter hier und dann... Nehmen. Ne. Ja. Könnte ich einen Stuhl oder sowas nehmen? Na. Kann ich eigentlich auch irgendwie springen oder sowas? Ne. 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 nicht klappen. Hm. Benutze. Öhm. Warum will das nicht? Ja, mach du nur Krach, du irgendwas. Boah. Hm. Ich dachte, ich könnte das in einer Stunde schaffen, aber wie ich bereits sagte, es wird wohl nichts, dass ich das Spiel zu Ende spielen werde, weil ich habe ja jetzt schon keine Ahnung mehr. Ich bin total überfragt, was man machen könnte. Boah. Wir nutzen... Nein. Das macht keinen Sinn, ja, 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 ja. Dann zünden wir sie an. Keine Ahnung, echt mal. Was stand noch mal auf dem Zettel? Ich guck da jetzt noch mal drauf, was da drauf stand. Ist das eigentlich, was ein bisschen Sinn macht? Eh, er öffert sich zusammen, eh, 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 eh... ...at last few weeks to read... Only when he had seen his own blood prod to the... ...äh, eh, eh, eh. Hm. Ja. Und das hier macht auch keinen Sinn. Vielleicht Sägespäne damit benutzen. Auch wenn das keinen Sinn ergibt. Ja, war klar. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ohne Spaß. Die Rätsel sind so schwer hier. So schwer, dass ich schon keine Ahnung mehr habe. Ja. Irgendwas mit Blättern und so. Und das könnte ich ja noch verstehen, aber... Bronzenes, goldenes, silbernes, weißes, schwarzes? Vielleicht muss ich einfach das richtige Blatt da reinpacken. Und ach, ich probiere jetzt erstmal alle Blätter aus. Und wenn dann nicht klappt, dann... Lass ich das mit dem Türchen bleiben, Leute. Weil... Ich hab doch eh keine Ahnung mehr. Und mehr Hilfen gibt mir das Spiel einfach nicht. Hey, jetzt hab ich gleich alle durchprobiert. Ey, das ist doch... Dreck, das... Das kann's doch nicht sein. Die Feldflasche damit bringt nichts. Da sagt er irgendwas von Ritual, wenn ich das nehme. Aber wenn ich das Ritualmesser nehme... Dann... Ich muss verrückt sein. Bla, bla, bla... Boah... Ist mal ohne Spaß. Ich bin immer noch im ersten... Äh, im zweiten Raum... Dieses Spiels... Und bin schon planlos. Die eine kurze Hilfe hat mir... Kaum geholfen, wenn ich weiß, dass ich das da drauf fangen konnte. Und fertig. Und dann bin ich zur Mitte gegangen und das war's. Also... Boah... Keine Ahnung. Ohne Spaß. Ihr habt bestimmt vielleicht eine Ahnung. Ihr könnt das ja mal... Na... Wenn ihr das da runterschreibt, habt ihr das eh bestimmt irgendwo werden nachgeguckt. Ähm... Ich werde das vielleicht privat irgendwann mal weiterspielen. Auf jeden Fall ist das Türchen noch unnötig in die Länge ziehen, weil ich auf keine Idee komme. Und... Das ist... Da steht immer der gleiche Text bei der Hilfe. Hat keinen Sinn. Deswegen sag ich jetzt hier... Einfach mal... Ähm... Dieses Spiel... Naja... Es ist... An sich... Eigentlich... Ganz... Gut gemacht bis hierhin. Aber die Rätsel sind einfach... Viel zu schwerer. Oh... Es ist nicht offensichtlich, was man überhaupt machen muss. Und... Deshalb... Bis zum nächsten Mal. Ich bin an einem Kane, Diana Jones. What the hell? Da sind gerade Dosen rumgeflogen. Ich bin an ja game. ツ Einen... J